Mein Name ist Michael Braunt, ich bin Pressesprecher von der Universität der Bundeswehr München. Wir werden heute einen großen Zapfenstreich der Bundeswehr erleben. Das ist die höchste militärische Würdigung für Institutionen und Personen. Heute geht es um beide Bundeswehr-Universitäten, die 50 Jahre geworden sind und darauf freuen wir uns heute. Wir haben an der Bundeswehr-Universität in München viele verschiedene Forschungsfelder. Ein ganz wichtiges ist natürlich auch die Sicherheitspolitik. Prof. Marsala ist, denke ich mal, bundesweit und international auch bekannt mit dem Lehrstuhl für internationale Politik und gerade dieser Lehrstuhl trägt natürlich auch dazu bei, dass Sicherheitspolitik und die Anliegen der Sicherheitspolitik auch in die Gesellschaft getragen werden, dass für mehr Akzeptanz geworben wird und dass auch sicherheitspolitische Zusammenhänge auch entsprechend erklärt werden. kann man das很好 aus ausprobieren und das natürlicheinander kann ausprobieren. Das ist natürlich sehrumesquart. Ich finde es etwas Ausbildungen, das ist sehr," ich weiß, dass ich so gut ausprobieren." Weil ich mich einfach ausged parecem, bin ich, dass ich es nicht so gut ausprobiert habe. Ich werde es so gut ausprobieren, weil es so gut ausprobiert haben, alles gut ausprobiert. Ich werde es so gut ausprobiert, weil ich mich ja nicht so gut ausprobiert hab. Ich werde es vielleicht so gut ausprobiert sein, weil ich mich gerade ab, wenn ich mich gerade ohne anstreutigungsverhofen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Achtung! 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 Auge, weg! Frau Präsidentin, Herr Präsident, ich melde den großen Schaffenssteig. Augen gerade, auf! Acht, weh, üh! Auge, eine Mischung, auf! Acht, weh, üh! Acht, weh, üh! Acht, weh! Acht, weh, üh! Acht, weh, üh! Acht, weh, üh! So, jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 6, up 4, 5 6, up 6, up 6, up 6, up 6, up 6, up 7, 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 up 8, up 8, up 7, up 8, up 8, up Musik 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 Musik